1952, jetzt können wir ja gleich wieder neu einkaufen hier, ne? Ist ja wieder Holiday on Ice hier. Das war er, unser erster Bus. Ein Traum. Klo sieht natürlich übel aus. War ja klar, Aliens müssen ja auch zur Toilette. Obwohl ich hier noch keinen drin gesehen habe. Wieso gucken die mich alle so blöd an? So, okay. Getränke sind noch da, Chips müssen wir bestellen und Alkohol müssen wir bestellen. Zigaretten glaube ich auch nochmal. Eis ist auch leer. Das können wir hier wegschmeißen, ne? Das ist ja dann, ähm... So. Moinsen! Have a nice day too! Good job! Wir haben über 2000 Tacken. Das heißt, wir können demnächst mal hier so ein bisschen nachrüsten. Aber dazu würde ich tatsächlich dann die Tankstelle wieder zumachen, weil den Stress tue ich mir nicht an. So, guck mal hier. Du machst jetzt mal... Ach, Quatsch. Ach. Amelie, du machst jetzt erstmal Bezahlung hier und, ähm, zurück Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Äh. Und dann machen wir hier die Tanke mal zu. Zack. Damit wir hier mal wieder bisschen für Ordnung sorgen können. Wieso ist hier eigentlich schon wieder dreckig? Meister, ey! Du Spenster! Heb das auf! Dafür knacke ich dir jetzt dein Auto, Watz. Watz ab, mein Freund, Watz ab. Geh weg. Vergiss es. Vergiss es, mein Freund. Ich lass dich hier nicht weg. Vergiss es. Nicht, ehe ich dein Auto geknackt hab. So. Echt jetzt mal? Ach. Denn ich! Läch dich gehackt. Glaub ich spinne, ey. So. Gleich mal wieder Ordnung machen. Hier ist nix. Sehr schön. Ordnung ist das Dreiviertel-Leben. Das andere Viertel meckert die Mutter, wenn es nicht sauber ist. So. Dann wollen wir... Dein Glück. Dann wollen wir mal gucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall Alkohol und Snacks. Ich würde tatsächlich auch zu einem größeren Snack-Regal. Aber erstmal müssen wir... Erstmal schauen wir mal hier was anderes. Und zwar... Ähm... Hier können wir noch nicht leveln. Da brauchen wir... Aber dafür müssen wir die Ziele... Hier können wir leveln in der Werkstatt. Das machen wir mal. Äh... Was ist jetzt passiert? Oh, wir haben was da Neues dazu gekriegt. Warte mal. Gucken wir mal, was wir bei Lieferung machen können. Autospiegel-Motoröl können wir jetzt wechseln auf Level 2. Das kostet ganz schön Schotter. Das haben wir noch Platz. Die 90 haben wir noch Platz, oder was? Okay. Brokkoli ist aus. Sprit kaufen. Gucken wir gleich mal. Warhouse wollte ich jetzt nochmal gucken. Da brauchen wir noch einiges, um das abzuschließen. 118 Krash-Kraftstoff ist richtig. Da brauchen wir auf jeden Fall noch... 2,15 wieder. Ja gut, dann nehmen wir aber nur 100, weil... Teuer und so. Der ist nicht nackig, der ist auch ein PC. Ja, ja, natürlich. So. Und dann müssen wir noch Snacks und so ein Kram kaufen, ne? Lieferung, und zwar Produkte. Wir brauchen Snacks. Diese, diese, diese. Was kostet die Welt? Egal. So. Haben wir noch so viel Platz? Das ist zu viel. Da können wir echt nichts machen, ne? Das... Ich verstehe den Kram nicht hier, ne? Warte mal. 350 haben wir Platz. 90 in der Klammer. Ja. 150 185 So, und dann was hatte ich noch gesagt? Autopflege würde ich noch mal kicken, dass wir hier noch mal so einen Cleaner mitnehmen. Zigaretten, Alkohol, ne? Das war zu viel. Ne, der geht noch. Der müsste auch noch gehen, Bestellung. So. So. Du bist da. Jawollah. Bitte schön, der Herr. Und, Hub! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Giglio, einen wunderschönen guten Abend. Und Dark Wolf ist auch da? Wo habe ich den denn übersehen? Oh, 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 oh. Ein Cheeseburger mit Brokkoli und Pommes. Auf, wie seid ihr denn drauf? So, daddeldu. Zack. Zack. Da kommt gleich die nächste Lieferung. Da können wir hier gleich mal... Da ist noch ein Kunde in der Werkstatt. Wieso steht der denn noch in der Werkstatt rum? Hast du kein Zuhause, oder was? Fahr doch los. Äh, hier, Öl. Place all. Soll ich mal ein bisschen schieben? Ich habe gelernt oder gelesen. Das geht nicht. Kann ich nicht? Hä, hä, hä. Ich glaube, heute ist das ganz schön buggy hier. Ich glaube, heute ist das hier alles ganz schön buggy. Ja, daddeldu. Okay. 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 Also, das ist ja hier schon so ein bisschen für Fortgeschrittene. Ne? Für Fortgeschrittene. Oder noch mehr Verdeckung. Aber egal. Machen wir nicht jetzt. Zack. Hey. Also, langsam glaube ich wirklich, meine Maus hat einen Doppelklick. Oh, Pizza mit Knoblauch. Äh, nein, danke. Nicht freiwillig. So, hier haben wir jetzt das Alkoholregal. Hier sind sehr... Wir kriegen tatsächlich alles unter. Hätte ich nicht gedacht. Hätten wir noch mehr bestellen müssen. So. Warte mal. Was haben wir hier drauf? Die und die und die haben wir drauf. Also, können wir hier mal... Ach, wir machen alles drauf. Egal. Ne? Hauptsache schön bunt. Getränke, haben wir noch welche da? Joa, ne? Eine Dose noch. Hiervon. Platzieren wir, damit alles voll ist. Jawohl. Zeitschriften. Gehen wir mal hier hinten bei. So, Zigaretten sind voll. Das ist voll, das ist voll, das ist voll. Da müsste ja unser Lager rein theoretisch fast leer sein, ne? Ach. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Ey, das ist nicht sein Ernst, ne? Ist das sein Kacki Ernst? Hier haben wir nichts. Also werden wir nochmal... Was haben wir denn? Tausend Tacken haben wir noch. Hier, den nochmal kommen lassen. Reifen. Kratzerentferner. Oh, zu teuer. Autospiegel. Oh, da werden wir mal richtig zuschlagen. Das sind jetzt zwar 600 Tacken. Motoröl ist auch noch günstig. Können wir uns den Scheiß leisten? Gerade so, ne? Egal. Wir müssen jetzt Gas geben, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, dass wir hier noch großartig Erweiterungen machen können. Dann du halt noch ein Betten. Weil ich will natürlich so richtig viel Geld verdienen. Ach, ja. John ist hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ja, ja. Mach mal keine Welle hier. Der kommt hier nicht weg. Warte mal. Bevor hier noch mehr Kunden kommen, werde ich den mal wegzaubern. Es gibt doch diesen ominösen Knopf. Es ist noch kein Kunde da, ne? Es gibt ja noch diesen ominösen Knopf hier. Diesen hier. Zack. Ja, ja. Bestätigen. Errungstab freigeschaltet Aliens. Alles klar. Ich sag dazu jetzt nix. Ich sag dazu jetzt nix. Ich sag dazu jetzt nix. Ja, denn es war kreativ. Ich müsste tatsächlich. Aber das traue ich mir tatsächlich nur zu. Nein, das ist ein LKW. Ja, ein LKW. Das traue ich mir tatsächlich nur zu. Zu malen, wenn ich mehr Angestellte habe und weniger zu tun. Ich will ja auch nicht ewig die Tankstelle offen lassen. ähm, äh, geschlossen lassen, besser gesagt. Damit, ähm, ich will ja was Geld verdienen, ne? Moinsen. Moinsen. Wehe, du fängst da hinten an zu hupen. Da kriegst du aber welche auf der Nase. Das sag ich dir. Da hat er du. Ah, da ist schon wieder mit Kunde mit Kraftstoff. Mach mal hin hier. Ja, natürlich. Pell dich doch aus dem Auto. Mach doch. Hä, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Wieso? Was ist hier eigentlich los? Warum kommen hier zwei Autos und das zweite Auto ist leer? Moinsen. Das ist doch nicht den hier ernst, oder? Deswegen hat der nämlich auch nicht gehupt. So, einmal die Kasse, einmal zweimal Kraftstoff. Wir könnten ja auch mal wieder Emily hier, ne? Warte mal, hier. Die hat sich jetzt genug ausge... Aufgabenliste. Bediene die Kasse. Bezahlung. Setze sie sich in Bewegung. Mädel, was ist los bei dir? Ach so, ich hab ja gar nicht genug Geld, ne? Hab ich gar nicht. Okay. Muss ich selber machen. Faule Stück, ey. Geh mal aus dem Weg hier. Polizei braucht ja auch was. Moinsen. Die Bretter müssen in den Container. Ja, das ist mir schon klar. Wenn ich ganz viel Geduld habe, mache ich das auch tatsächlich. Ja, 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 ja. Moinsen, lieber Polizist. Moinsen, lieber Polizist. Kaum hab ich hier das Alkoholregal voll. Komm, die... Stiere. Nein. Kommt die liebe Polizei und kauft gleich ein. Willst du mit Motoröl nachspülen oder was? Gib doch mal her hier das Teil. Yes, yes, yes. Sehr gerne. Moinsen, Lady. Have a nice day, too. Warum tragst du hier so viel Dreck rein? So, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Geld. Normalerweise müssten wir jetzt die Emily bezahlen können. Ich versuch's nochmal. Hier. Angestellte. Lady. Du kriegst jetzt erstmal Bezahlung. Zack. Krieg ich nicht hin. Nimmt er nicht. Aufgabenliste. Bediene die Kasse. Gib Gas. So, was möchten wir? Nur einen Ersatzreifen? Kein Problem. Kriegen wir hin. Mit der Ruhe. Zack, 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 zack. Das Geld hast du noch bei der gut? Echt? Das glaube ich, hier steht ja Minus davor. Sehr gerne. So, Place All. Hier. Place All. Kratzer hatten wir keine bestellt. Die waren zu teuer, ne? Ja, 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 ja. Du hast noch nicht mal gestartet. Du musst nicht rufen, bevor du startest. So, Öl. Das war das. Ja, wenn das Plus ist, musst du zahlen. Okay. Ja, dann kann sie ja langsam mal schuften kommen. Faule Stück, das. Erlebe ich das noch einmal, dass du hier Arbeitsverweigerung machst? Fliegst du. Oder auch nicht. Moinsen. Yes, 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 yes. Da, ich höre Dennis schon wieder. Dieser Krepel. Ich sag's dir. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich hätte Dennis gehört. Ach, Menno. Doch, hab ich doch richtig gehört. Dreckstück. Haha. 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 Ich weiß nicht, was das gerade für eine Errungenschaft war. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Zama. Steht auf meiner Stirn Müllabfuhr oder was ist los? So. Mal gucken. Haben wir hier noch Zigaretten? Ah, können wir noch platzieren. Alkohol haben wir nix mehr. Snacks. So. Oder können wir hier auch nochmal? Mal. Hier. Alles. Sieht doch gut aus. Zeitung. Müssen wir auch mal wieder ein paar loswerden hier, ne? Davon haben wir nischt mehr. Eis sollten wir bestellen. Zieh dir was an! Herrgott! Einmal Kraftstoff, einmal Werkstatt. Vorsicht! Ähm, Moinsen! Lieber Hans, vielen Dank fürs Reinschauen und denk dran, immer schön Folgen schauen. Weil du kriegst ja jetzt über die Hälfte der Sachen gar nicht mehr mit, was ich hier veranstalte. So, Moinsen! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erstmal machen wir hier das Spritzbesteck weg, ne? So. So, und dann sag, was sagt unser Zauberblick. Spiegel. Was war das? Was war das? Spiegel und Scratchy. Scratchy. So, und Spiegel. Der war hier. Zack. Good job. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin die Beste, wenn alle anderen nicht da sind. Hier ist Schicky sauber. Amelie, du hast das im Griff, ne? Ja, hast du. Sehr schön. Moinsen! So, Autos reparieren haben wir erledigt. Autos betanken müssen wir noch 13 Stück. Bediente Kundenladen 44. Ja, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Wenn jetzt hier nicht gerade wieder eine Meute kommt, würde ich ja schon ganz gerne wieder die nächsten Bestellungen aufnehmen. Bei Alkohol müssten wir mal zuschlagen. Wenn das denn geht. Lieferung. Alle holen, alle holen, alle holen. Hier, hier und hier. Und Eiscreme. Machen wir hier nochmal. So. Moinsen! Sprit müssen wir auch bestellen. Have a nice day too! Lieferung, Sprit 2,25. Dein Ernst jetzt? Ihr nehmt's auch echt von den Toten, ne? So. Zeit für einen Schluck Kaffee. Amelie macht das ja, ne? Die ist ja da. Flocky fly. Flocky fly. Aber warum ist da jetzt Dreck am Haus? Das verstehe ich nicht. Ich hab doch gerade geputzt. Bis draußen nochmal gucken, ob ich nicht doch nochmal irgendwo noch Farbflecken finde. Ein Kunde in der Werkstatt. Okay, aber der lohnt sich für mich nicht, ne? Gib Stoff, Babe. Ich hab keine Zeit. Immer das gleiche hier mit denen. Tudeloo! Und tschüss! Das wird so. Ich finde das immer geil, dass sie erst losfahren und dann das Auto starten. Das ist schon immer ganz schön nett. Und wir müssen unseren Anbau noch streichen, ne? Moinsen! Wie kann ich Ihnen helfen? Hey, Lady! Dummy King! Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. Warte mal, warte mal. Hier. Zwei Reifenspiegel und Tür. Oh, Lady! Das wird aber teuer. Das wird teuer, glaubst mir. Ja. Oh, einer der Moin sagt. Das ist ja ganz selten. Das finde ich ja cool. Wo war der andere da drüben? Wie gut, dass ich Reifen bestellt habe. Oh, mein Spritzbestec liegt auch noch hier. Himmel, herregott. Glatt vergessen, wegzuräumen. Rücksitz ausprobieren. Ah, was meine ich, warum hier hinten die beiden Reifen? Ja, das leuchtet jetzt tatsächlich ein. Uch, Scratchy. Das leuchtet ein, Micky. Genau. Äh, Scratchy. Stoßdämpfer sind bestimmt kaputt. Aber das will sie ja von mir nicht, ne? Das Spiegel war der da, ne? So, das war eine teure Ange... 370, Lady. Das ist aber ein bisschen wenig, ne? Muss ich jetzt mal so feststellen. Das war hier ein guter Reifen. Den müssen wir nochmal irgendwie... Ich glaube, den haben wir mit rausgerissen. Erstmal unser Spritzbestec hier wegräumen. Hier noch mehr? Nee, ne? So. Neben der Tankstelle, warte mal, wir tanken... Ah, warte. Ja, 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 bevor ihr da wieder das Hubkonzert anfangt. Ja. Ich sagte bevor, nicht nachdem. So, Moinsen. Da tankt ja hier ein ganzes Fluchzeug, ey. Have a nice day. Amelie ist schon wieder in die Pause gegangen, oder was? Und wer schmeißt denn hier Bananen hin? Herrgott! Wir müssen ja eh gerade mal hier den Müll leer machen. Zehn Artikel! Hm. Wieder bis zum Umkippen ne Party machen hier, ne? Sehr gerne! Moin, Senior Mann! Moin, Senior Mann! Ja, scanne, gerne! Bis zum nächsten Mal.